... und Diabetes kann jeden treffen. Diabetes kennt kein Alter. Diabetes ist unbehandelt tödlich. Das Risiko an Diabetes zu erkranken kann reduziert werden. Diabetes kennt keine Staatsgrenze. Diabetes darf nicht länger ignoriert werden. Diabetes kann jeden treffen. Diabetes kennt kein Alter. Diabetes darf nicht länger ignoriert werden. Ich bin selbst Diabetikerin und das kann jeden treffen von uns. Diabetes ist eine Erkrankung, die in der jetzigen Zeit in der Wohlstandsgesellschaft immer mehr und häufiger auftritt und damit zu einem wichtigen Bestandteil der Medizin gekommen ist. Der Zucker tut nicht weh und wird deshalb leider so spät erkannt. Wir werden informieren!